Japan hat am Sonntag US Open Siegerin Naomi Osaka gefeiert, nachdem die 20-Jährige in den Morgenstunden japanischer Zeit den ersten Einzelgrenz-Slam für das asiatische Land geholt hatte. Premierminister Shinzo A bedankte via Tweet, dass Osaka in dieser harten Zeit einen Schub an Inspiration gab. Der Politiker bezog sich dabei auf das Erdbeben auf der Insel Hokkaido mit zumindest 21 Toten. In einer Nation mit den sportlichen Schwerpunkten Baseball, Fußball und Sumo rückte Tennis wieder einmal mehr in den Mittelpunkt, auch wenn Osakas Endspiel gegen US-Star Serena Williams nur auf einem kleineren Sender übertragen wurde. Keine Shikori hatte bei seinen Landsleuten schon bisher einen Namen. Die Möglichkeit des Major-Premierentitels eines Japaners vergab er vor vier Jahren in New York gegen den Kroaten Marin Cilic. Nun zeigte er sich ob der Leistung der Landsfrau, Stolz. Unbekümmerteid und Siegeswillen Japaner akzeptieren heutzutage Leistungen bei wie Osaka im Ausland groß gewordenen Landsfrauen und Männern mehr als noch früher, sofern die oder derjenige ehrlich und glaubhaft für das Land eintritt. Die Abmontag 7. der Weltrangliste beeindruckte in Tokio und Umgebung einerseits mit ihrer Unbekümmertheit, andererseits auch mit ihrem Spiel- und Siegeswillen. Williams hätte womöglich auch ohne den Disput mit Schiedsrichter Carlos Ramos das Nachsehen gehabt. So aber ging der 6 zu 2, 6 zu 4 Erfolg der Außenseiterin etwas unter, erst nach einer Aufforderung von Williams an das Publikum wurde sie nicht mehr ausgebucht. Davor hatte die 36-Jährige mit ihren Ausrastern den bisher größten sportlichen Moment von Osaka aber schon zerstört gehabt. Einmal mehr setzte sie im Zorn ihren Ruf als Ikone des Weltsports aufs Spiel, fiel vor allem mit Schiedsrichterbeleidigungen, einem zertrümmerten Racket-Sexismus-Vorwürfen und als Vorkämpferin für Gleichberechtigung auf. Ihr Trainer Patrick Moratoglou räumte verbotene Zeichen von der Tribüne ein, die Williams in des wohl kaum gesehen haben dürfte. Via Twitter echauffierte sich der Franzose, wohl jeder Spieler werde GQ8, der Schiedsrichter sei der Star der Show gewesen. Wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe GQ8, sagte Moratoglou. Aber ich denke, sie hat nicht zu mir geschaut. Doch Sascha hat bei jedem Punkt GQ8 ergänzte in Bezug auf den deutschen Osaka-Coach Sascha Bayen, früher Bestandteil des Williams-Teams. Text, Quelle, Urheberrecht, Laola 1, APA Bundesliga, Austria und WRC feiern, Testspiel, Siege zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommend unter Strich, Count, Kommentare, rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.